Das ist meine Chance, Abby. Der Moment der Wahrheit. Denk an meine drei Schlüsselworte für den Erfolg. Versau es nicht. Ich kann nicht hinziehen. Wechsel auch nicht. Als dein Onkel Lapin und ich auf der Suche nach dem Hamster der Finsternis waren... Was ist? ...fanden wir dich. Und das war das Best. ...was mir je im Leben passiert. Das ist oberpeinlich, dass wir mit diesem Hühnerhasenfreak gesehen werden. Jeder lacht mich aus, Dad. Wenn ich den Hamster der Finsternis hole, wird mich jeder akzeptieren. Mir geht's gut. Braucht ihr einen Führer? Ich bin Matt. Tretet in meine Fußspuren und ihr seid sicher. Das ist zu ungeselig. Abmarsch, zurück, alle Mann. Freut mich! Und hierher! Um den Tempel betreten zu dürfen, muss sich einer den drei Todesprüfungen stellen. Wieso reichen nicht zwei Prüfungen? Schnappt sie! Wir alle sind mit Dingen geboren, die uns anders machen. Fertig zum Abhauen. Wir müssen nur erkennen, dass unser Anderssein uns zu etwas... ...besonderem macht. Ab die Box! War das so schwer, die extra lange Peitsche mitzubringen? Hallo! Warum? ARD Text im Auftrag von Funk